So, jetzt habe ich hier vier Fleilstangen, Kauter-Fleilstangen aus dem 4. Rinder 1.8.D. Die sollen oben angeschränkt werden zur Gewichtsersparen. Das habe ich vorangezeichnet, wie weit ich muss. Jetzt nur noch einmal kontrollieren. Passt. So sieht das fertige Ergebnis dann aus. Oben angeschränkt. Die Auflagefläche bleibt immer noch bestehen für den Lagerruck. Und oben hat man ein bisschen Gewicht gespart. Das ist gut.